Ich hab jetzt meinen Hut abgesetzt, nicht wundern. Wow, Ronny zieht mal den Hut vor uns. Ronny? Nee, ich trau nicht. Hey, ihr seid beide so trotteln, ne? Wie lange zocken wir jetzt und ihr könnt es immer noch nicht. Ja, es ist derselbe Anfangsbitarre. Halt doch, Smile, sehr froh, dass wir überhaupt mit dir reden. Kann ich auch drauf verzichten, Alter. Ich konnte eh nur scheiße bei euch raus. Ich musste gerade irgendwie... Die Way, wie wir miteinander am Talken sind, ist es echt. Ja, es ist einfach unkompliziert, ehrlich, muss ich sagen. Ja, ohne Scheiß. Fick dich. Ich musste gerade... Ja, fick dich doch selber. Warte mal, warte mal, warte mal. Hinten, hinten, Zombie an der Tankstelle? Oder ist da schon jemand von euch? Nee, nee. Nee? Ist der gepult oder was? Ja, ich sehe... Ist gerade Richtung Tankstelle gelaufen. In den Berg hoch, Richtung Häuser. Also Richtung Stadt hoch. Hochhausstadt. Geht der Zombie hoch, okay. Blankier mal, ich gehe links den Hügel hoch. Also kommt er wahrscheinlich vom Airfield, geht über die Hochhausstadt und dann wieder runter oder so. Wahrscheinlich. Vielleicht nimmt er das Military-Gebäude noch mit da oben. Ja, was machen wir? Ich gucke gerade hier auf die Seite und gucke, ob ich irgendwas sehe, aber... Ich habe keinen Schuss gehört, ey, nur die Tanke. Das ist eine Mosin im Wald. Genau vor mir, hinter der Tanke ist der. Lass warten, der kommt an uns vorbei. Long Range ist ausgerüstet. Nice. Ich gehe mal ein bisschen hinter an das Backsteingebäude jetzt erst mal. Der ist aber wenn, dann weiter oben. Ja, ja, der... Ja, der... Ja, jetzt habe ich mich nicht gehört. Jetzt habe ich es gehört. Ich flankier, ich flankier. Lenk den ein bisschen ab, ich renne übers offene Feld. Ich weiß ja noch nichts von uns. Wie soll er ihn denn ablenken? Ich schätze mal schon, dass das gewollt ist, so. Dass der da oben auf dem Berg hängt und auf die Tanke schießt, so. Und ein Sniper. Ja, ich bin jetzt gerade am über die Straße gehen. Am Ortsschild vom Czerno bin ich jetzt über die Straße gerannt. Jetzt erst mal. Boah. Da vorne rennt der Ronny, ey. Ich bin genau hinter dem Ronny, du bist doch auf der Straße, oder? Ich renne gerade hoch. Zu dieser Ortschaft. Ja, 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 ja. Ich bin hinter dir. Jetzt das blinde Verständnis wieder. Der soll ruhig weiterballern, der Mist, wichser Arsch. Ich sehe ihn nicht mehr. Oder ich weiß nicht, wo er ist. Hast du ihn schon gesehen jetzt hier? Nein, 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 ich habe dich korrigiert. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja. Lauf gerade genau auf die Tanke zu. Oh, pass auf, René, ey. Pass auf, wenn der auf die Tanke schießt, bist du down, gell? Das sieht ich ja gleich. Ich gehe nicht in den Wald. Zwei Stück laufen nach rechts. Also Richtung, unsere Richtung. Okay, okay, okay. Laufen weiter nach rechts. Unsere Richtung. Ja, ich sehe sie. Das sind drei, drei, drei. Vier, vier. Das ist der Clan, das ist der Clan. André. Was? Ja, wo? Unter uns, unter uns, direkt unter uns, da wo wir gerade waren. Ich schieße einfach mal. Ja, lass sie mal Positionen einnehmen. Die kommen hoch, die kommen hoch, die kommen hoch. Nein, oder? Schlüsse. Ich schieße auch. Einen hab ich. Alter, ich hab so ein nerviges Globespray, ey. Zwei laufen wieder Richtung Tanke. Ja. Ich versetz mal schnell mit. Wir laufen weiter. Schüsse. Einer Tanke unten. Einen hab ich, glaub ich. Alter, der nächste. Noch einer ist tot, noch einer ist tot. Ich muss nicht panagieren. Einer ist an der Tanke. Schießt du noch, oder? Ja, ja. Ach, da hinten ist der. Zwei liegen, zwei liegen vor mir jetzt. Ich bin tot. LOL, hat der einen niceen Shot gelandet, Alter. Ich bin instant tot. Wo, 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 wo genau? Hinter der Tanke. Alter, der legt sich hin und schießt mir sofort einen Headshot, Alter. Hoffentlich spawn ich da, hoffentlich spawn ich da, hoffentlich spawn ich da. René, ich komm runter, René, ich komm runter. Ja, 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 ja. Alter, war das ein Meisterschuss von dem. Ich glaub schon. Hier liegen zwei, hier liegen zwei. André, wo bist du hin? Da schießt doch noch einer. Ja, ich. Weil ich nicht sicher bin, ob er tot ist. Ja, ist tot. Alter, war das ein Meisterschütze, Alter. Der hat sich vor mir auf... Der ist noch einer, der ist noch einer, der ist noch einer. Er trifft mich nicht. Down, 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 er ist down. Nice. Oh, wie geil. Plan wipe. Plan wipe. Plan wipe. Ich bin in Charlo gespawnt. Ich bin in Charlo gespawnt. Ich glaub nicht, klar. War das jetzt wirklich, haben wir alle vier platt gemacht? Alle, es waren alle. Ich bin unterwegs. Boah, wie fett das Equipment. Ja, sonne, alle. Wir müssen jetzt mal looten, jetzt. Leg mal bitte alles raus, ey. Das war ich, das war ich, Mann. Wer ist der Scheiß-Zombie? Alter, der hat sich vor mir hingeschmissen und mir sofort einen Header gegeben hat. Das geht denn ab, Alter. Leg alles raus. Wo seid's denn ihr? Äh, Balota, kurz vor Balota. Alter. Ey, haben die alle Ragdoll? Wir müssen die jetzt abgehen. Wir müssen die abgehen, René. Lass den stehen jetzt noch schnell. Wir müssen die anderen Leichen noch abgehen. Wenn nicht, dass die keinen Ragdoll haben und jetzt wiederkommen und wieder andere in Charlo spawnen. Nur schnell irgendwie eine Knarre nehmen oder so. Keine Ahnung. Da liegt nur einer. Gib ihm den Header einfach. Der ist tot. Waffe schwebt in der Luft. Alles klar. Da oben liegt auch noch einer. Waffe schwebt auch in der Luft. Ja, einer von denen bin ich. Aber ich müsste eigentlich nur einen kaputten... Nein, mein schönes Bandaner ist kaputt. Ja, so lange brauche ich nicht. Ich bin schon Anfang Cerno. Boah, haben wir die zerfickt, Alter. Ja, da liegt oben einer. Hier liegt ein Zombie. Da hinten läuft ein einer. Ein Freshspawn. Ist hier einer direkt ein Freshspawn bei uns? Nein! Nein, weg! Alter! Übel! An der Scheune ist er, Ronny. Boah, ich habe einen Schuss. Hier ist nur einer, Ronny. Ja, ja! Ich muss kurz... Ich muss kurz... Nein, Alter. Was war das? Was war das jetzt? Ich! Der rennt hier... Ist hier vorne bei mir, Ronny. Geh in Deckung, geh in Deckung irgendwo. Komm zur Tanke, komm zur Tanke. Der hat eine M4 oder eine AK, irgendwie sowas. Bist du das, bist du das? Ich komme wie vorne angerannt, ja, ja. Wo war der? Wo war der? Weiter, einfach hinter mir. Geradeaus durch. Da ist er. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ach, hinter dem Baum. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Warte, warte, warte. Ich mache das Longman-Schraub. Warte, ich hole ihn mir. Ich bin mal raus, Leute. Viel Spaß noch bei der Jagd. Haut rein. Ciao. Ist er Pau'n? Weiß ich's nicht. Nein, 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 er lebt noch, er lebt noch. Hinter dem einen Baum. Pass auf den Fresh-Spawn auf. Nicht, dass der gleich kommt und es abknallt. Ich sehe ihn nicht. Hinter dem Baum, hinter dem Baum, wo er gerade gelegen ist. Ich kann hier nicht durchschießen. Okay, ich bin Tussi-Blaues-T-Shirt. Ich starte mich gleich aus. Er ist down. Nice. Lieber nicht. Nein, 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 komm. Geh nicht hin, André. Ich stehe, ich habe den voll im Visier. Ich bin total in der Nähe von dem. Ja, ja, bleib, 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 bleib. Ich latschnei nach. Ich hole ihn mir. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Nein, er liegt, er liegt, er liegt, er ist bewusstlos maximal. Okay, warte, ich hole ihn. Ich gehe näher ran, ich gehe näher ran. Ich komme da direkt hingelaufen. Achtung. Hard Headshot. Vorsicht, vorsichtig, ich bin gleich dran. Ja, er ist down, er ist down, er ist down. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Er ist nicht down. Was macht er denn? Ach ja, ich versuche ihn gerade wieder zu belegen. Deine Waffe habe ich. Was schießt denn du? Den Zombie. Doch, irgendwo war hier noch ein Freshspawn. Den hast du schon wieder voll vergessen. Ja, keine Ahnung. Hast du doch alles andere Ahnung, wenn der sich jetzt die Waffe holt, ist es vorbei. Hier oben liegen zwei Leichen, da war ich noch nicht dran. Da gehe ich jetzt hin. Das ist der Steady Pulse, Alter. Ich lache mich tot. Ja, hol ihn wieder, hol ihn wieder und knall ihn ab. Hab der zufällig Mosin, Muni? André? Ich hab Mosin, Muni. Nee, der hat fast alles verschossen. Wo ist der mit Steady Pulse? Der liegt doch da, wo du ihr angeschossen habt. Da liegt er. Wo ist denn die AK hin, die der eine Typ hier hatte? Die habe ich jetzt, auf dem Rücken. Überall Leichen, Alter. Hammerhart. Überall Leichen. Ich hab ihn bandagiert. Hier ist eine Mosin mit Long Range und Muni. Bring mir bitte Munition vorbei. Ich hab' doch Muni, Roni. Ich brauch' sie jetzt hier. Der selber schummelt. Ja. Okay, passt schon. Ich bleib' bei dem Typen schnell. Ich bleib' bei dem Typen schnell. TSK, 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 die TSK-Jungs waren das. Ja. Nice, Alter. Der atmet, aber der steht nicht auf. Der steht bestimmt gleich auf. Lach den mal aus. Nee, noch nicht. Das mach' ich erst. Ey. Na? Bist noch am Leben? Wurde's, wurde's. Gefickt? Gefickt? Ich wollte sagen, Clan-Mai. Ihr Lappen. Ihr Lappen. Komm, steh auf. Die nächste Kugel. Die nächste Kugel. Nee, warte noch. Boah, ich hab einfach jede, fast alles Abolition verdonnert, ey. André, was machst du? Looten. Ja, haben die noch ein Backpack? René, dropp mal schnell die Muni. Die Mosin-Muni, bitte. Ich such' gerade die nächste Leiche. Ich hab' jetzt eine Leiche gefunden. Ich renne jetzt zur nächsten. Ach nee. Heide! Warte, warte noch. Wo sind die Muni? Ah, nice, 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 nice. Schieß schnell auf den Zombie. Der lebt immer noch, der Typ. Der, der, der macht keine Anstalten, Alter. Dann gib ihm ne Kugel. Nein, warte noch. Der steht sicher gleich auf. Oder warte, ich drück ihm den Epi-Pen. Warte. Meine Fresse, ey. Ich könnte kotzen, ey. Diese scheiß Zombies. Ich brauch' ein Backpack. Unbedingt. Meiner ist randvoll, alles schwulend. Das bringt dir jetzt nix. Ich brauch' nur ein Backpack. Ich will einfach nur ein Backpack. Warum? Warum? Mein Gott, was ist das denn für ne Pisse? Oh, dieses Spiel fuckt so ab, ey. Es ist unglaublich. Wie es einfach macht, was es will. Nein! Super. Aber ich hab' mein Zeug. Ich hab' mein Zeug. Ich hab' mein Zeug. Ich hab' lauter Ruinen, das Zeug. Mal schauen. Ich hab' mein ganzes Zeug. Nee, du hast die Munition noch. Der Typ, mein Gott, der ist trotzdem tot. Egal. Wayne! Ohne Scheiß, das war jetzt richtig geile Aktion. Richtig geil, Alter. Richtig gut von uns. Hier kommt er hoch und ich denk' mir nur, ey, das sind doch die, oder? Aber warum sollten die zurückrennen so? Und der René sagt auf einmal so, zwei, nein, drei, nein, vier. Und ich denk' mir nur, ich guck' nach links unten und auf einmal sehe ich da diesen Schwarmlaufen. Alter. Haben wir die gebürstet, die Jungs, ey. Und ich hab' mit der Scheiß-Mosi nichts getroffen. Einen hab' ich gefinisht. Nee, zwei. Meie, ich hab' dich noch gerettet unten an der Tanke. Mhm.